Andreas Erni, 23-Jährig. Ich bin zur Zeit im Stall von Rolf Curan Bengtsen und von Christoffersen. Ich bin dort als Bereiter angestellt und habe dort zur Zeit fünf Rost zu reiten. Animus ist zur Zeit mein Bestes. Mit dem bin ich auch im ICAP unterwegs. Mein Ziel ist, das Final zu erreichen.